moin moin meine lieben leute und willkommen zurück zur weiteren folge starling crimson moon update und wir befinden uns bei den rennen noch und wenn heute mal die nächsten rennen abschließen versuchen wir zumindest auf ihr seid dabei los geht's ok alles bereit schickes schiff coole teile leicht modifizierbar dann mal ab ins rennen mit dir und sie dann strecke mann pilgerreise der hüter die overlords so ich bin immer noch nicht ganz schlau mit der steuerung geworden aber ich denke mal man muss die ganze diese boost einsammeln da wird man diesen turbo die ganze zeit anhand weil irgendwie die ich sonst gar nicht so richtig auf a gedrückt das nämlich gar nicht so wie fliegen mit unseren abing aber schlecht waren vier starten gut geflogen nichts liegen lassen gut 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 Oh? 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 I think I'm coming here. das ist wieder dieses ich versteck das nicht denn man kann dann fast gar nicht mehr fliegen wo er hat die erste runde beendet immer weggeflankt wechsel der führung ging abkürzung die spacken bin ich gesehen ok genau passen wo die abkürzung ist nein du hast die führung verloren warum den abkürzung gewesen nein nein wohl ne nichts liegen lassen tu ja nicht alles mitzunehmen alles mitzunehmen da soll ich hoch ja falsch gedacht falsch gedacht kommt schon wechsel der führung komm schon komm schon komm schon hier ja 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 Oh nein! Oh nein! erobernt. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Klappen wir. Yes. Nummer 1. Ich schätze, du findest auch, dass sich das gelohnt hat. Viel Spaß damit. Danke. Klappen wir den Lack, schütteln sie mit einem schnellen A aus. Okay. Bei den taktischen Daten und der Sammlung findest du es aber nicht. Gut. Ich glaube, es gibt noch ein paar mehr Rennen, ne? Die müssen wir jetzt machen. Gehen wir darüber. Oh, wir müssen dahin. Unsere nächste Rennstrecke an. Yeah. Wett dich auf dem Purpomond zu sehen. Fürs heißt, du wirst der Beste. Gewinne ein Rennen und ich werde dein Können belohnen. Sehr gut, sehr gut. Mal starten. Königstabrik. Cold-Blooded Kings. Oh. Bin gespannt. Hier auf dem Purpomond fliegt man wie ein Ausloch. So. Ich habe einen richtigen Speed bekommen jetzt hier. Ah, muss. Driften muss ich noch beschrieben. Ja, danke du Spacko. Ich stelle hier auch noch nicht. Oh. Oh nein. Okay. Okay. Ich bin einfach nur runter. Ich bin aber ganz weit hinten wahrscheinlich. Und Matsch. Oh. Nein. Hast du diesen Zoomen? Mal drauf, wenn man... So doll. Oh, du hast du den Führung. Du liegst in Führung Shit Mann Jetzt reicht's aber Die haben alle in Abkürzung genommen Der Führende hat die erste Runde beendet Oh komm schon Das gibt's doch gar nicht Reiz Oh man Boah ich bin so schlecht Okay dann länger ein Führung Okay dann länger ein Führung Nichts liegen lassen Gut geflogen Da habt ihr nur Kettering möglicher Wechsel der Führung Was gibt's nicht? Wie wird die denn alle nicht mehr los denn? Was ist die Führung verloren? Das klingt nach Motorrad Jaa flieg doch einfach nur statt da drum rumzulabern jedes Mal Jaa flieg doch einfach nur statt da drum rumzulabern jedes Mal Ah hab ich nicht gekriegt Wechsel der Führung Mit der Schwede Komm na komm Ich wusste gar nicht dass man dahin kommt Jaa ist wie ne Abkürzung ne ich hab die nicht gesehen Scheiße Du hast die Führung verloren Du liegst in Führung Nein Komm schon komm schon komm schon Oh Ich wusste du schaffst Hei 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 Enge Kiste Eine enge Kiste Aber trotzdem ganz gut geschafft Hei 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 Waffenkenntnis verbessert Gut Rennen beendet Sehr gut Sehr gut Gut Jetzt haben wir ja schon einige Rennen gefahren Rennen Rennen Jaa Diese Rennen sind total abgefahren Hm Haben wir keine Ahnung Rennen mehr fahren Fangen wir mal zum Rennmeister zur Rennleitung Du hast überlebt Das ist schön Gut liefern So Das haben wir ordentlich Punkte bekommen Jetzt können wir wahrscheinlich hier Ähm Etwas erhöhen Äh Quatsch Outlaw laden Was machen Investieren wir Sieh dich nur an Ein kleiner Star Diese Waren Werden dir wirklich gefallen Sieh dich mal um Hier gehen wir mal rein Glücksrad Wenn diese Lackierung auf deinem Schiff an Okay Was gibt's noch Okay Ich kann mal das nicht machen Aber wir haben neue Lackierungen Wenn diese Lackierung auf deinem Schiff an Um sein Aussehen zu ändern Und laut Zahnrädern Meine Güte Was soll ich nur mit dir machen Ah ja Ach guck mal da Neue Waren Das sollte reichen Okay das ist Alles nicht Ja Was haben wir noch hier so Gut wir haben ja noch ein bisschen Kohle Aber wir können jetzt die Mission ja auch anders machen Also wir haben ja die Rennen Aber ich würde sagen mit den Mit den anderen Figuren fangen wir beim nächsten Mal an Oder mit den anderen Missionen fangen wir beim nächsten Mal an Nochmal vielen Dank fürs zuschauen Und ja bis zum nächsten Rennen Bis dahin Tschüss Tänke Idet Tänke Auf Irre Tänke